Guten Abend hier auf unserer turbulenten Reise durch Wildwasser. Herzlich willkommen zurück hier bei Rollercoaster Tycoon 3. Wir sind hier wie schon gerade angekündigt auf der Raftingbahn und schauen hier von links nach rechts und können in den Abendhimmel gucken. Ich finde das Ganze eigentlich ganz spannend, sehr cool und freue mich, euch das jetzt auch mal präsentieren zu können. Also wir haben ja letztens, glaube ich, nicht mitgefahren, obwohl ich es gesagt habe, ich böse, böse Ina. Ach Mensch, ja, wir warten weiterhin auf Geld und deswegen finde ich, es ist eine gute Gelegenheit, ein bisschen die Zeit anderweitig verstreichen zu lassen. So, jetzt sind wir endlich oben angekommen. Jetzt geht es dezent runter, glaube ich. Ach nee, wir sind noch auf diesem Fördermann gewesen, alles klar. So, jetzt geht es hier wenigstens mal ein bisschen schneller. Oh Gott, dieses Drehen, ich hasse es, wenn sich was dreht. Da wird mir sofort schwindelig und schlecht. Das ist halt schlimm. So, ich weiß zwar immer nicht, was dieses kleine Hoch und Tief bedeuten soll in der Bauarchitektur, aber wenn es jetzt was bringt und es wirklich höher kommt, na meine Güte, dann ist es halt so. Auch wenn es für mich merkwürdig auch schon. Ah, sieht aber schön aus, der Park so im Dunkeln, oder? Das hat was. Also ich finde es cool. Wow! Hu! Uuuu! Yay! Da geht es auf jeden Fall mal tief runter. Yeah, das war auf jeden Fall cool. Ja, und der Rest ist wieder relativ drehwurmartig langweilig. So, jetzt haben wir hier nochmal reingedreht. Hu, Kube! Und dann geht es hier auch schon wieder in die Station, wo wir dann gleich andocken und aussteigen können. Und tschüss Leute, viel Spaß beim, äh, ne, beim was auch immer. So, wie sieht unser Geld aus? Ja, wir haben die nächsten 1000, es läuft doch. Gut, dann können wir hier auch mal wieder zurückzahlen und brauchen nur noch 3000. Sehr gut, auch wenn das nicht gerade wenig sind. Aber hey, wir haben seit der letzten Folge schon 2000 geschafft, das ist doch super. Ha, und wenn ich jetzt kein Geld mehr ausgebe, dann bleibt es vielleicht auch dabei, dass wir es diese Folge noch schaffen, alles zurückzuzahlen. Wahnsinn, oder? Ja, ich würde gerade gerne irgendwie ein bisschen hier anders verteilen, so ungefähr, weil die Achterbahn interessiert mich gerade nicht, ich habe da kein Geld und keinen Platz für. Also gucken wir, ob wir noch irgendwie was Kleines finden, was kam hier gerade noch? Drehboden wurde repariert, alles klar. So, jetzt habe ich schon 81.000, sind sehr weit im Plus, soweit läuft alles. Bahntickets läuft auch super. Park-Eintritt, naja, das ist immer eher so mäßig, je nach Werbekampagne, obwohl jetzt läuft es ja gerade auch ganz gut, ne? Da kommt mal alle rein. Ich freue mich über jeden Penny. Ja, die kommen aber ordentlich, ne? Kann man nicht sagen, dass die jetzt nicht fleißig hier erscheinen. So, kling-ling, kling-ling. Hört ihr die Kasse? Ich höre die Kasse. Kling, kling-kling. Ja, sehr schön. So, wieder die Hälfte drin, sehr, sehr gut. Ja, die Souvenirs scheinen sich auch ganz gut zu machen. Naja, schon 12 Euro gemachtes Teil, na wow. Die Betriebskosten holt es, glaube ich, nicht mehr raus. Ähm, der hat es auf jeden Fall bis jetzt. Das Kuchenteil auch, naja, die machen sowieso nie Plus. Ähm, ja, wie sieht es hier hinten aus, wo ich es frisch hingestellt habe? Ja, die haben auch schon gut Plus gemacht. Also, die holen es auf jeden Fall meistens wieder raus, außer halt die Geldautomaten und so, wegen den Betriebskosten. Ähm, du hier, wie geht es dir? Okay, du bist Plus-Minus-Null, oder was? Okay, Sonnenbrühen braucht hier wohl keiner, weil es immer Nacht ist, aber die Sonnencreme macht sich gut. Sehr schön, das gefällt mir natürlich auch. Und wir haben gleich die nächsten Tausend. Meine Güte, geht ja fix, freut mich. So, Leute, macht, was das Zeug hält hier, kauft und bestellt und was weiß ich nicht, was. Das macht einfach irgendwas so, dass hier Geld in die Kasse kommt. Und wir immer irgendwann weiterziehen können, außer mit der Herausforderung, ein Darlehen zurückzuzahlen. So, 900.000, nicht mehr. Na toll, ich war zu langsam. Ah, naja, aber die sollten wir ja schnell wieder zusammen haben. So, da gehen wieder welche, kommen aber keine. Schade, aber unsere Bahneinnahmen scheinen zu reichen. Na, 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 yay. So, noch 2000. Das läuft ja wie am Schnürchen, ey, in den ersten vier Minuten. Wahnsinn. Gut, hier steht ja auch noch alle an, oder nicht? Ey, hier steht keiner an. Warum steht hier keiner an? Höchst merkwürdig, will hier keiner mehr mitfahren? Ist ja komisch. Ich dachte immer, ihr mögt die Bahn. Oder ist die kaputt? Ne, die ist nicht kaputt. Okay, das ist jetzt eine Leerrunde, oder was? Ne, zwei Personen stehen an, ne? Doch, ist eine Leerrunde. Ah, ja, ein bisschen falsch gedeutet, aber sonst läuft's. Gut, ähm, ja, lasst uns einfach mal hier noch so, äh, ne? Werbekampagne für Park können wir eigentlich auch mal machen, aber dann machen wir das nur in der Schülerzeitung. Oh nein, okay, Werbekampagne für Park machen wir nicht, weil es echt teuer ist. Dann machen wir einfach nochmal hier irgendeine Attraktion. Machen die mal in die Schülerzeitung. Und, ach, machen wir Shirt-Shirts oder sowas. Ähm, Schirme, Schirme, es regnet eh nie bei uns. So, dann hier auf sechs Wochen 120. Das geht ja auch mal sehr gut noch so von der Hand. Und dann dürfen wir den Eintritt hier auch wieder mit den Leuten reinbekommen. Yay, sie kommen, lauft darauf zu. Dort ist der Weg in die Rechtschaffenheit. Nicht meine, vielleicht eure, aber, ne? Dafür habt ihr ganz viel Spaß dahinter und müsst nochmal für jedes Einzelne zahlen. Hoho! Ja, ich bin ein blöder Vergnügungspark. Aber hey, äh, ne? Ich hab auch Ziele und, und Herausforderungen. Ich muss das auch alles irgendwie schaffen. Ah, hörte das der Klang der Kasse? Ja, ich hörte dieses Geräusch mal gerne. So, dann lauft mal hier ein Stück. Ach, mein Ugo. Freefall Tower. Ja, das ist natürlich auch total cool. Ja, würde ich jetzt auch gerne mal hinstellen. Ich glaube, ich verkaufe hier aber irgendwas. Hä, warum? Achso, weil ich baue. Ne, okay, das läuft hier alles noch super. Wie läuft der Zwirbler? Okay, der Zwirbler läuft schlecht, würde ich sagen. Das ist jetzt nicht so das, was ich mir erwünscht hatte. Dann reißen wir den einfach mal ab. So, kann ich auch so machen. Tada! Und, äh, dann schaffen wir uns mal den Freefall Tower an. Damit wir hier auch gar nichts... Oh, Meti... Uh! Ne, wir kaufen jetzt das. Ina hat sich umentschieden. So, machen wir gleich mal auf 2,20 hoch. Das Teil ist richtig cool. Also, ich würde mich da nie reinsetzen freiwillig. Aber ich finde es trotzdem toll. So, testen wir den Spaß mal. Und dann machen wir auf jeden Fall mal 3,25 Last. Und passen wir noch den schönen Weg hier an. So, dann haben wir von allem irgendwie was. Und dann machen wir den Spaß auch gleich mal auf. Oh, ich finde das Teil so cool. Das dreht sich einmal so rum. Aber ich fahre da jetzt nicht mit. Weil sonst jammer ich wieder die ganze Zeit rum. Äh, mir ist so schlecht. Und darauf habe ich irgendwie keine Lust. So, äh, genau. Hier oben ist er ja schon. Den würde ich einfach mal hier neben gleich stellen. Weil, ne, was lange warten hier. So, und der ist auch relativ günstig, wie ich finde. So, das mache ich einfach mal hier auf Ende im Gelände. So, wie weit geht der hoch? Okay, da müssen wir... Oh, habe ich da ganz schön hoch gebaut. Äh, ein bisschen hier was an der Geschwindigkeit verändern. So, wie weit geht der jetzt hoch? Nein, nicht wirklich viel höher. So, ich glaube, ich muss das noch ein wenig höher schießen lassen. So. Ja, das sieht schon besser aus. So vielleicht. Na, noch ein Stück. Na, dann machen wir mal so. So, dann sind wir fast bis oben. Ja, das ist völlig ausreichend, wie ich finde. Können wir ja zwei Runden draus machen, je nachdem, wie den Leuten das hier so gefällt. Und dann mache ich es mal auf 2,40 hoch. Dadurch, dass wir die zwei Runden haben, ist es, glaube ich, gerechtfertigt. So, dann hier Savanna irgendwas. Und hier könnt ihr euch ein bisschen mit einem Gehweg freuen. Dann machen wir die ganze Schose auch noch in einer schönen Farbe. So, gelb, orange, weiß oder so. Gut, dann haben wir ja soweit alles. Das hatte ich eingestellt. Den hatte ich auch. Sehr gut, warum kann ich das nicht? Achso, weil ich nichts platziert habe. Mein Gott, ich Idiot. Alles klar, ich brauche keine weiteren Erklärungen. Ich weiß, was ich falsch gemacht habe. Ähm, ja, da. Machen wir einfach mal so. So, dann nehme ich den mal hier mit. So, du kommst da hin. Und dann gehst du hier mal geradeaus weiter. Und kannst dann hier ein Stück runter gehen. Dann können wir irgendwann mal hier auf die Höhe kommen. Oder wir gehen hier komplett einmal in der Höhe runter. So. Dann gehen wir einfach mal hier dran vorbei. Lass es noch ein bisschen zu. So. So. Jetzt haben wir hier auch noch einen Übergang geschaffen. Wahnsinn. So. Dann brauchen wir nur noch hier das Stück bauen. So. Nee, geh mal hier rum. Genau. So. Da will ich hier gar nicht. Sehr schön. Dann können wir den Spaß auch endlich eröffnen. Tada. Gut, das hatte ich eingestellt. Aber hier kann ich noch irgendwas einstellen, ne? Genau. Weil das war mir ein bisschen zu dunkel. Dann ist das jedenfalls heller und freundlicher. Wenn wir noch Geld machen oder so, dann setzt sich das noch ein bisschen hübsch ab. So, Leute. Ihr könnt gerne hierher kommen und mit der Bahn fahren. Die ist voll, voll toll. Habt ihr bestimmt ganz viel Spaß mit. Ich bin mir da ziemlich sicher. Gut, dann hier noch ein Mülleimer und hier und freut euch alle mal. So, dann haben wir hier doch einen schönen Rundgang eigentlich geschaffen, oder? Auch wenn das hier ein bisschen holprig ist. Mein Gott. Die kommen auch irgendwie ans Ziel. Ja, sehr schön. Brauchen wir jetzt wirklich nur noch die 2000? Ja, Wahnsinn. Und die ersten 25% haben wir geschafft. So, ihr kommt hier auch noch reingelaufen. So, was nehmen wir denn jetzt da noch? Ach ja, genau. Werbekampagne wollte ich. Genau. Mal wieder eine kostenlose Attraktion. Diesmal für die Nationale Zeitung wieder. Am besten Zuckerwatte. Die ist schön süß. Da will doch jeder was von haben. Und dann einmal 240 Euro investiert. So, Leute. Jetzt aber mal rein da. 3, 2, 1 und los. Lauft, was das Zeug geht. Ja, scheint soweit ganz gut zu funktionieren. Ja, da kommen welche. Super. Aber wir sind immer noch bei den 800 Parkbesuchern. Ich hätte jetzt gedacht, wir haben irgendwie schon mehr erreicht. Aber es klappt irgendwie nicht so ganz. So, da kommen wieder 2. Und es gehen wieder 2. Was für ein Austausch. So, noch mehr Kandidaten, die hier unbedingt wollen. Yay, da kommen noch welche. So, Leute. Tut euch keinen Zwang an. Lauft los. Yay. Sehr gut, sehr gut. Mensch, Leute. Ihr begeistert mich, ja? Wir machen Money. Wir kriegen Geld. Yeah. Okay, das war echt schlecht. Aber ist immer egal. So, Waterplane erforderte eine Notausscheidung. Oh mein Gott. Sind dabei welche umgekommen? Wurde wer verletzt? Nachrichten. Aktuell. Komm, wir befragen mal die Leute. Hallo? Hast du was mitgekriegt? Hast du mitbekommen, was da los war? Hey, lauf dich weg. Oh, neue Attraktionen. Wahnsinn. Klingt ja schon mal toll. Ach so, das ist dieses Schaukelteil. Weil, ähm, naja, wir haben jetzt erstmal nochmal genug Neues dazu gebaut, was ich eigentlich nicht wollte. Aber ich konnte nicht anders. Das war so toll. So, noch tausend Leute. Dann haben wir es geschafft. Wuhu. Endlich mal ein Ziel hier. Und wir schaffen es vielleicht noch, bevor der Part zu Ende ist. Yay. So, sind jetzt hier welche unterwegs? Also hier momentan noch nicht. Hier sieht es schon mal gut aus. Habe ich hier die Last eingestellt gehabt? Nee, jede Last fand ich doof. Dreiviertel Last wäre schon okay. Wie viel können denn hier rein? 16 Passagiere, alles klar. Vier sind drauf, okay. Wollen irgendwie noch mehr? So? Zumindest zwölf bräuchten wir nämlich. Der Lino Burger interessiert mich jetzt auch nicht so wirklich. Yay. Und Leute, wie hat es euch gefallen? War toll? War spaßig? Yay. Scheint euch gefallen zu haben. Sehr gut. Also haben wir hier die erste Hilfe doch ganz gut platziert mit den ganzen Sachen. Können so von allen Richtungen irgendwie da hinkommen. Ach, Mensch. So, ihr habt die Hände hier voll mit Essen, oder was? Nee, habt ihr bestimmt gerade wieder fallen lassen oder habt ihr in euren Taschen als Müll? Ich wette es. So, ihr kommt hier auch wieder rein. Sehr gut. Kommt alle, freut euch, ist super. Rein marschiert. Na okay, das machen wir jetzt mal gleich so in zwei Durchfahrten. Aber hey, völlig okay. Gut, wen haben wir jetzt hier noch? Eigentlich keinen wirklich, der hier Beachtung bräuchte. Überall stehen irgendwie Leute an. Hier sind sogar 23 Personen drauf. Das hätte ich ja mal gar nicht gedacht. Aber gut, wenn sie sich so ansammeln. Mein Gott, ich werde mich nicht dazwischen werfen. Ach Mensch, ja, unsere Werbekampagne ist ja auch schon wieder vorbei. Sollten wir vielleicht mal eine neue starten? Was machen wir dann heute, Leute? Ich würde mal sagen, wir machen nationale Zeitungen. Das läuft immer so gut. Und, ähm, ja, machen wir mal die Ranketenkantine. Mal ein bisschen was Abwechslungsreiches hier. Ja, Pizzeria ist ausgefallen. So, das Geld haben wir ja schon bezahlt, glaube ich, oder? Da müssten doch jetzt eigentlich so ganz viele Leute kommen. Ähm, Sturmflut, was ist Sturmflut? Ähm, ah, dieser Seestern, ja, der ist cool. Aber, äh, brauchen wir jetzt nicht mehr. Denn wir haben gleich alles abgezahlt. Los, wenn jetzt mal hier irgendjemand kommt. Ja, ihr zwei seid schon mal toll. Und es gehen wieder zwei. Irgendwie habe ich ein Déjà-vu. So, repariert, repariert, ausgefallen. Oh Gott, ey, nee, ihr seid ja alle furchtbar. So, es kommen welche. Juhu, lasst Geld da. Und es kommen noch mehr, ey. Wozu setze ich das in die nationale Zeitung, wenn es doch keiner liest? Ich bin jetzt bei plus minus null momentan. Finde ich eher weniger praktisch. Ihr könnt ruhig alle in den Park. Das ist überhaupt kein Problem. Ihr müsst nur einmalig vier Euro zahlen. Und dann ist alles gut. Dann könnt ihr in jedes Geschäft gehen. Also, sei es Fahrgeschäft oder kleiner Laden mit Getränke oder sonst was dazu. Und dann könnt ihr euch voll ausleben und austoben. Ja, genau. Leute wie ihr. Geht da rein und habt Spaß. Und es wird voll toll. Leute, ich glaube, wir kriegen es hin. Wir kriegen es hin. So, wo ist jetzt hier meine Liste? Da. So, wir sind bei 700. Soweit sieht es gut aus, wenn jetzt hier noch ein paar mehr Leute kommen würden. Die gerade nicht kommen, weil sie alle gehen. Eher ein bisschen ungünstig. So, da kommen wieder welche. So, komm. Tausend, tausend. Juhu. Yay. Glückwunsch. Sie haben gezeigt, dass sie das Zeug dazu haben, ein Unternehmer zu sein. Aber schaffen sie auch das Zalcun-Level? Das weiß ich nicht. Ey, haben wir echt 10.000 gekriegt? Das ist ja heavy. Geil. Wahnsinn. Warum nicht gleich so? Warum muss man erst dieses doofe Darlehen abzahlen? So, aber jetzt ist der 31. März und wir können am 16. April darauf warten, dass Clint Batschen kommt und uns hier nochmal abnimmt. Äh, und wir unser letztes Ziel dann auch erfüllt haben werden. Äh, das werden wir aber nicht mehr in diesem Part sehen, sondern im nächsten, wo wir dann auch gleich einen neuen Park anfangen können. Ich hoffe, ihr hattet viel Spaß beim Zusehen. Wir sehen uns dann morgen wieder im neuen Park und hier mit dem Abschluss der Mission. Und, äh, ja. Ich hatte viel Freude dabei und bis dann. Tschüss. 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 Vielen Dank.